Das Leben besteht aus vielen kleinen Freuden und gute Speisen sind eine davon. Bei der Auswahl von Aufbewahrungsbehältern für Lebensmittel ist mehr zu beachten, als man auf den ersten Blick erkennt. Nehmen Sie zum Beispiel diese Container hier. Hier sorgt der Oxidationsschutz für verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme und für Wasserdichtigkeit. Die hermetische Versiegelung hält die Lebensmittel frisch und knackig, wie am ersten Tag. Jeder dieser Behälter beinhaltet ein effizientes Vakuumsystem, um unerwünschte Luftzufuhr zu vermeiden, das Auslaufen von Flüssigkeiten zu verhindern und um die Abdeckung sicher zu befestigen. Und Sie können dadurch nicht nur Ihre Lebensmittel frisch erhalten und deren ursprüngliche Farbe, Aussehen, Aroma und Geschmack bewahren, sondern auch den Abfall an verdorbenen Speisen reduzieren. Zudem ist ein Wiedererwärmen in der Mikrowelle problemlos möglich. Wie Sie sehen, können Sie diese kleinen, ansprechenden Behälter aufgrund Ihrer Formgebung raumsparend gelagert werden. Werden Sie nicht gebraucht? Stapeln Sie sie, entweder einfach auf oder ineinander. Sie sind außerdem die idealen Helfer, nicht nur im Haushalt, sondern auch für Picknicks im Freien oder für die Grillparty. Sie können aus vielen Behälterformen wählen, aber jede, sei es ein Standardmodell oder ein individuelles Design, entspricht den Anforderungen für Lebensmittelsicherheit und ist natürlich spülmaschinenfest. Zur Vakuumerzeugung verwenden Sie einfach die kleine passende Pumpe. Durch das Luftabsaugen über das patentierte Vakuumservice-System erreichen Sie noch mehr. Sie verlangsamen sowohl Feuchtigkeitsanlagerung als auch Bakterienwachstum. Wesentlich verlängerte Frische. Diese Container schaffen und erhalten ein Vakuum, das Lebensmittel erheblich länger frisch hält und für den Erhalt der wichtigen Nährstoffe sorgt. Und wie sieht es mit der Verwendung in der Mikrowelle aus? Aber ja doch, Sie müssen noch nicht einmal den Deckel lösen. Der Unterdruck im Behälter sorgt für schnelle Aufnahme von Konservierungsflüssigkeiten und Marinaden. Die Lebensmittelporen öffnen sich im Vakuum. Einfacher und schneller geht's nicht. Denken Sie daher an Vakuumsaver, wenn Sie das nächste Mal frische Lebensmittel aufbewahren möchten. Machen Sie eine neue Erfahrung in Geschmack und Aroma und erleichtern Sie den Alltag mit den ansprechenden, bequemen und platzsparenden Lebensmittelcontainern von Vakuumsaver. Eine kleine Freude, die es wert ist.